so und damit willkommen zurück seit groß zu einem neuen stream und wir spielen heute mal nicht wie geplant resident evil 2 da habe ich mir einfach gedacht heute ist so ein schöner freitag draußen scheint die sonne doch immer noch ja heute mit versuchen zwischen tag dann kann man das jetzt ganz nicht noch mal mit resident evil wenden mit mario musik das passt doch super und hey alex nirgsen und willkommen im stream ja wir spielen heute ich habe heute die einzigartige die einzigartige nicht aber das haben auch einige andere ich habe die großartige möglichkeit im stream mit euch gemeinsam die closed beta von diesem spiel hier zu spielen extra coin wird gespielt wir spielen extra coin im stream das gibt es glaube ich einen stream habe ich schon gesehen der ist auch streamt gerade vorhin zumindest der test im stream das ist ein bisschen exklusiv exklusiv hier auf ich weiß nicht ob das noch viele andere spielen aber ich habe vorhin einen englischsprachigen gefunden also ich glaube im deutschsprachigen bereich bin ich auf jeden fall sehr exklusiv hier gerade nicht der spiel ist da gibt es glaube ich keinen anderen du musst dich mal hintergrund schicken ob das ob das denn auch so stimmt nicht dass solche bild sind quatsche wie immer jetzt sind uns unter der kategorie extra coin wenn ich da mal nach ja mein laptop geht gerade ein bisschen blöd da ist langsam der lässt dass das mein laptop da mit der zu seine marken ich sehe hier ein englischsprachigen extra coin ein paar leute die die so ein bisschen die ein bisschen was die die werden hier auch gelistet aber der eine spiel von clancy's rainbow six extensions weiß nicht was mit extra können zu tun haben sollte im deutschsprachigen bereich haben man nur mich das feige ich gerade so ein bisschen die englischsprachigen müsste es auch gerade da gibt es auch noch ein also wenn ich mal ein bisschen spannung hier auf dem kanal aber die musik aus und ja ich würde mal sagen wir starten ein spiel das auch mal ein bisschen das spiel sieht ja auf geht's ich hoffe es kommt jetzt technisch dass wir hier ein starten können gott ist das team zu sehen ja handy okko meintet die us gamepad ich habe keins ich habe kein gamepad ich habe mir die version 0.10 und eins ja also ganz ganz viel beta noch nicht auf steam erhältlich und ich habe mir ein großes modus den kümmer vielleicht wird ausprobieren newsletter können wir abonnieren und auf disco gehen da bin ich schon längst training modus und karriere ist noch gesperrt dann kommen wir dann später hin ich würde mal sagen wir probieren meine story aus und dann vielleicht noch mal den größten modus schauen wir mal wie viele bugs und glitches ich jetzt hier heute entdecke im stream was ich jetzt hier von den ja beta noch auf decke es soll nochmals in der heilung zu rufen das ist hier in der beta version ist ne ihr seht es um version version 0.10 1 das ist also das fährt das ist noch nicht das fertige spiel also falls ja falls irgendwie hier was heute nicht laufen sollte und was was da nicht funktionieren sollte es ist da da will ich mal die entwicklung schutz nehmen ist das noch muss das noch nicht heißen dass das am end im finalen spiel auch zu sein muss das da ist noch bis das richtige spiel rauskommt dauert noch ein weichen wir starten mal direkt ein spiel spiel und ich habe herausgefunden Ich habe herausgefunden, wenn ihr die Bete auch spielen solltet, cool ist hier, cool ist auf der Tastatur die Sache zum Dialog fortbewegen, sonst ist es ein bisschen blöd noch geendet, dass man hier ein bisschen gucken muss und dass ich es nicht wüsste ohne, ja Heidi wird Das ist schon richtig All I wanted was some old songs, you know Am Radio läuft mal wieder nichts gutes Ah, mein Kinds Better check on Grandpa He had a high temp Okay, Opa ist krank, das ist nicht gut Können wir nochmal mit der Couch reden Maja, you are so lucky, sleep makes time pass faster Mit dem Fenster hinaus auf die Großstadt Sieht etwas strukturistischer aus, würde ich sagen Aber nur klein wenig Das ist eigentlich eher moderne So ein bisschen die Konstruktion der Oberen, das auf den Hochhäuser, das auf den dünnen Stilzen und dann da oben noch ein Ding, das ist da ein bisschen, ja sieht ein bisschen klein wenig futuristisch aus Auch die Satellitenschüsseln Aber nicht 2300, sondern ich würde sagen 2050, könnte es so sein, 5060 Ich werde nicht alles schaffen zu übersetzen, aber ich werde es ein bisschen versuchen Die Stadt hier hängt zu, sind von dieser Stadt, das scheint nicht, ich habe gerade den Wandteppich gesehen, aber ich würde mal behaupten japanisch zu sein Es ist sehr friedlich in der Stadt hier, aber es wird bald, es wird bald wieder Es wird bald wieder was passieren, es bleibt nicht so lange ruhig Ok, hier haben wir die Küche Hier haben wir Bilder Wahrscheinlich von hier Ich wünschte du wärst hier, weil du dich liefst Ok, ich wünschte du wärst hier Warum hast du uns verlassen? Entweder ist jemand gegangen Also jemand hat die Familie verlassen Also das ist irgendwie Es wurde sich getrennt oder so Es ist ein Scheidungskind Oder jemand ist gegangen In dem Sinne der Sonne Oder sie gestorben ist Und schlimmer ist das andere Ich habe noch nichts Ich habe noch nichts Neues Seitdem die Mutter verlassen Ich habe immer wieder Ich versuche es Es macht mich einfach Angst Ok, hier Hier erfahren wir das die Mutter Sie hat sich nicht mehr gezeichnet, seit die Mutter verschwunden ist Oder gegangen ist Äh Storben Oder Irgendwas Jedes Mal Wenn sie es versucht macht Macht zu ziehen Wenn sie es versucht zu zeichnen Wird sie wütend Ich habe schon Check-On wird per first Nicht rausgehen Erstmal Opa Den Kranken Opa versuchen Der ist So vermute ich mal hier Ach daran erinnere ich mich Wir haben das Spiel schon mal vor Ich würde sagen 21 21 haben wir das mal Das haben wir auf der Indie Arena Booth Online 23 Äh 21 23 ist doch nicht da 21 haben wir das Auf der Gamescom gespielt thinking Hes etwas cooler He ist Gründer Es ist Agakült Wie fühlt ihr Wie fühlst du heute in der Damit Drankman Quatsch De 해� Geschenk Danke Mutchke Bis zum nächsten Mal Danke Geras Getsch Antworten möglich hätten, zwei davon. I don't like being called Little Rebels, even if I'll childish your font of that nickname. Ah, ne, ich, aber, ja, wohl, wir wollen das im Opa nicht, ich mag's nicht, bitte OP, sagt das nicht. Grandpa, I'm not a child anymore, stop calling me by that nickname. Also, wir haben jetzt Opa gesagt, dass er uns nicht mehr Häschen nennen soll, das ist das, wir sind nicht mehr, wir sind ganz, wir sind schon ganz groß und kein Kind mehr. In fact, it will soon be my birthday. I'll be old enough to join the arcade. I was wondering if I could Mika, you know, look for Mika, you know, that's not possible. I don't want to lose me. I know, I understand, but, wie gesagt, ich hätte nicht alles übersetzen hier. Es geht gerade, dass sie irgendwie alt genug für die Arcade ist, was auch immer die Arcade ist und Opa will sie aber nicht verlieren. Also, er will nicht, dass er, dass das, er sagt, dass es nicht möglich. Okay, du fühlst dich gefangen hier. Ja, du fühlst mich nicht mehr, wenn du fährst mich nicht mehr. Passt so. Grandpa, I don't want to go out, I want to look for mom and dad. Mika, you can't, it's too dangerous and they don't want to see you, you know that? That's not true. Das stimmt raus. Mika. It's not true, it can't be true. So, they would never be, never abandon me. Ah, wenn die Tränchen weggewischt. Ich würde mal sagen, wir gehen hinaus, oder? Oder hinein. Unseren Raum. Um, maybe I should just sleep until everything goes away. Ich sollte dich nicht leben. Wir betreten, dear. Wir betrachten hier. Wir betrachten hier. Someone woke up and just want her. Mia, right? Katsuriya ist normal. Never have nightmares, do you? Katsuriya. Spiel des Jahres, jetzt schon. Man kennt Katsuriya. Butterstatue. Okay, wir sollen das ausprobieren. Wo sollen wir rein? What are they doing on the other side? Okay, können wir nichts machen. Erstmal was essen. Ah, Essen für die Katze natürlich. Ich dachte nicht, dass das im Kühlschrank steht. Es verfeucht Futter. I shouldn't be mad at grandpa. He's trying his best. Es wird nicht wütend auf grandpa sein. Der tut sein bestes. I don't even know why I asked. I should hate that stupid, der agate. Es ist nur... After mom and dad made the jump. Everything fell apart. Ah, okay. Hier fahren wir das. Die Mama und der Vater irgendwie in dieses Arcade aufgebrochen sind. Und seitdem nicht mehr zurückgekommen sind. Die sind gejumped. Und sie sind gesprungen. Einen Sprung gemacht. Okay. So wird interessant. We don't know what to do. Schwere Säufter. Welcome to the Arcade. Where your new life begins. Thanks to years of cutting edge researchers. The Arcade offers you fresh start. Away from the chaos turmoil of hard times. With the extra coin program approved by the internet. You can enjoy our free. Apply today and jump to the clouds. Bid farewell to your mortal coil. And then brings the ones of your new life. Your virtual life. Your virtual life. So schnell kann ich nicht auf Englisch lesen. Auf Deutsch vielleicht auch nicht. Another nightmare. The ads are even in my sleep now. Sie träumt also schon von den Werbeeinblendungen. Von der Werbung dieser Firma. Das erinnert mich ein bisschen an Ready Player One. So ein bisschen. Hat so ein bisschen den Stil. Der in Mit Miha. Grandma what's ... Grandpa what's wrong. Grandma. Okay. Tricks song geht's wo nicht so gut. Grandpa are you aware. My little janked rabbit. You must forgive me. Es ist alles meine Schuld. Also, ich sollte nicht sagen, das ist die Name. Ihr seid alle geworden sind. Es ist okay, Gretmar. Es ist okay. Es ist nicht alles, was passiert ist. Es ist alles meine Schuld. Es ist meine Schuld. Ihr Mutter. Sie wurde von mir. Ihr Grandfather ist falsch. Ihr Mutter hat ihre eigene Schuld. Deep down, du kennst die Wahrheit. Es war deine Schuld. Wenn deine Mutter weg ist. Du wirst nicht wissen, was zu sagen. Du wirst nicht sagen. Du wirst nicht denken, was passiert. Die ist weggerannt. Oder auch nicht. Ich habe ihn noch nicht gedacht. He ist hier für 9 Uhr. Ich bin noch nicht weiter. Nein. Er ist nichts zu sehen. Mika, komm näher. Oh no. Take this. This is all I have left from before. And promise me, you will not lose yourself like your parents did. Grandpa, I don't understand. Mika, my time has come. You have shown too much bravery caring for me all by yourself, but now it is over. Please, Mika, leave me alone while it happens. I don't want to burden you with still more sorrow. No, Gwen, I want if you not know. Aha. Dividend to last, are you not my little rabbit? I was just wondering if you could tell our story one last time. Once upon a time, on a night with a full moon, the Jade Emperor came to Earth in disguise, seeking assistance from the kind animals of the forest. to his aid came a monkey, a fox, a rabbit. Grandpa? 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 I 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 40 40 I 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